Hallihallo Freunde und ganz herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge EvoLand. Ich würde ja wie standardmäßig immer sagen, was wir in der letzten Folge erreicht haben. Aber wir haben ja in der letzten Folge alles von in acht Richtungen bewegen bis hin zu 256 Farben freigeschaltet. Daher wird das vermutlich ein bisschen viel Zeit brauchen. Ich würde ganz gerne gucken. Wir haben 800 Münzen. Das heißt, wir können uns die seltene Karte im Shop kaufen. Im Dorf. Bevor wir in die Höhle gehen, weil das... Doch, die hätte ich echt gern noch, bevor wir hier irgendwas weitermachen. Und dann gehen wir im Norden in die Höhle, wo ein böser Geist hausen soll. Gruselig. Deswegen erstmal ab zurück ins Dorf, dann können wir auch... Genau, Papunika. Dann können wir uns auch nochmal hinlegen. Ich weiß gar nicht. Ja, 54 TP. Vielleicht sollten wir uns nochmal hinlegen, dann können wir nämlich auch gleich speichern. Aber erst will ich die Karte. Gib mir die Karte! Eine seltene Karte. Die Karte Emuk. Emuks kennen wir ja auch schon. Phönix Daune ist, glaube ich, um gefallene Verbündete wieder zu beleben. Ich nehme mal... Hm. Ich schätze mal, dass wir Phönix Daune finden werden in Schatzkisten. Von daher werde ich jetzt mir erstmal ein paar Tränke kaufen, werde mich kurz aufs Ohr hauen. Und dann gehen wir in die Höhle. Und schauen, was uns da erwartet. So, möchtest du speichern? Aber sicher. Und dann ab dafür. Mal durchs ganze Dorf. Mit der nervigen Musik. Ich finde die Musik nicht nervig. Ich mag die Musik. So, haben wir es bald. Danke. Ich habe Rennen leider noch nicht freigeschaltet. Das zieht das Ganze etwas. Kann ich mal... 23 verschiedene Doppelzwillingskarten gibt es. Okay. Das ist, was ich wissen wollte. Und wir sind in den Kristallhöhlen. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Äh... Wir heißen Daro. Weil... Ja... Ganz normal. Freigeschaltet! Ein Name! Yay! Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Danke, Mädchen. Höhlenmonster haben wir freigeschaltet. Hoppla! Die Höhle scheint bewohnt zu sein. Aber wir bleiben... ...bei den rundenbasierten Kämpfen. Mensch, Keres, kannst du nicht treffen! Und dem Vieh da vorne machen wir wohl kaum Schaden. Und es macht ziemlichen Schaden. Ah, oder Keres macht keinen Schaden. Auch das ist eine Möglichkeit, die ich nicht in Betracht gezogen habe. Warum... Oh, so viel Schaden gekriegt. Moment, ich wollte hier unten noch gucken, was es hier gibt. Vermutlich hätte ich das zuerst machen sollen, bevor wir die Monster freigeschaltet haben. Nein! Aber das... Das ist also ein... Talk. Oh, Keres kann auch Magie? Dann, äh... Heil mal. Es scheint ja... Da wir noch keine... Mana freigeschaltet haben, scheint es ja ziemlich nützlich zu sein. Dass Keres uns hier einfach permanent hochheilen kann. Dann muss ich meine ganzen Tränke auch nicht verschwenden. Und kann hier noch ein bisschen Gold farmen. Ich mein, Giel... Natürlich. Das ist kein Gold. Och, komm. Gerade wird's ein bisschen lästig mit den Kämpfen. Ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, aber... Ist ja nicht mehr so, dass wir Erfahrung dafür kriegen würden, oder so. Das ist ja... Ja, gut 190... Gil... Glees... Keine Ahnung. Wie heißt die Währung jetzt? Spinnen durcheinander! Es werden so viele neue Worte genannt. Eine Cobra Zero. Echte Cobra Zero-Zucker. So, haben wir hier... Schatzkiste. Nein, gar nichts. Noch eine. Apropos Coke Zero. Ich hab letztens wieder... Ein Video zu Pepsi Man gesehen. Kennt ihr Pepsi Man? Pepsi Man ist super. Schaut euch mal Pepsi Man an. Ist ein PS1-Marketing-Spiel gewesen. Von eben Pepsi. Ist zwar richtig sackschwer... Aber total lustig. Er macht auch... Kann ich? Ne. Er spielt auch einen Schauspieler mit, der später dann bei Saw 4 und 5 mitgespielt hat. Also, der dann nach seinem Auftritt in Pepsi Man richtig Karriere gemacht hat. Wie kann ich jetzt Tränke benutzen? Oder kann ich die nur... Kann ich da draufklicken? Nein, kann ich nicht. Kann ich die nur in Kämpfen benutzen. Uncool! Wir haben... Ja, jetzt haben wir Erfahrungspunkte freigeschaltet. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu neuen Stufen auf. Dann können wir uns leveln bis in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Wenn wir die Gegner treffen würden. Na da, Karri ist nimmerlein Trank. Ich glaube, deinen Lebenspunkten geht es nicht so gut. Ich bin mit dem momentanen Stand deiner Lebenspunkte eher unzufrieden. Ja, Daro hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde ein Motorrad vor der Tür. Und auch Keres erreicht Stufe 2. Ich würde ganz gerne noch den anderen Weg da drüben gehen und schauen, ob es da noch was gibt. Weil es wirkt ja wie... ...der richtige Weg, den wir gerade gegangen sind, auf mich. Okay. Warum trifft die denn nix? Hat die irgendwie... Hier kommen wir nicht durch. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Hat die irgendwie... Braucht die den magischen Kristalli aus der Höhle, um sich ne Brille zu machen oder was? Die trifft ja gar nix. Am Schluss zaubert die ihren Heilzauber noch irgendwie auf den Gegner und heilt den oder so. Ich seh's kommen, ich sag's euch. Okay, immerhin woher hätten wir die? Das ist gut. Hier haben wir die Schatzkiste, die ich gesehen hab. Zu der wir nicht durch konnten. Talk. Weiche Talk. Talk. Deine Mutter zieht Katapulte nach Mordor. Aber wir haben noch einen Stern gefunden. Das heißt, wir haben schon mal fünf. Es geht tatsächlich recht rasch. Ich bin überrascht. Vielleicht könnten wir dann doch... Na, ich schätze, ich werde wahrscheinlich irgendwo dann einen richtig gut versteckten Stern vergessen. Freigeschallte Lebensquelle. Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Wundervoll. Jetzt hab ich grad meinen Faden verloren. Was wollte ich grad sagen? Achso, ich werde wahrscheinlich irgendwo... Irgendwo einen Stern vergessen und den dann... Nicht finden. Und deswegen... Ja, ich... Ich kenn mich. Deswegen sag ich gleich von Anfang an, mein Ziel ist nicht die 100%. Freigeschallte irgendwo ist irgendwas passiert. Okay, aber wo? Aber wo nur? Spiel, sag es mir. Ich möchte wie in jedem modernen Spiel eine cinematische Kamerafahrt haben, die mir zeigt, wo etwas passiert. Die Karte Skaven für Doppelzwilling. Tork. Geh mir aus dem Weg, Tork. Nicht zu verwechseln mit dem Toga. Das sind komplett andere Spezies. Och, komm! Kann ich mir hier nicht wie bei Pokémon irgendwie Top-Schutz kaufen? So ein bisschen stören tun die Random Encounter hier schon. War nie ein Freund von Random Encounter, aber er scheint durch zu sein. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Oh, News! Oh, it's Kefkas Geist! Der hier scheint mächtig zu sein. Viele Jahrhunderte lang wacht er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Okay, dann bekämpfen wir Kefkas Geist. Freigeschaltet Boss-Animationen. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Sehr schön. Ich werde wahrscheinlich einfach mit Keres permanent heilen und mit mir halt angreifen. Oder ich heile einfach alle zwei Runden. Das müsste auch reichen. No! Phantom-Konter! Er wurde transparent. Kefkas Geist setzt Transparentität ein. Nein, 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 nein. Du heilst schön. So, ich frage mich, wie viel der aushält. Er scheint ja voll die Special End-Boss-Moves zu haben. Mit seinem Phantom-Konter. Da kommt er. Äh, ja, ich muss trotzdem angreifen. Ich habe keine Option irgendwie zu verteidigen oder so. Macht ja zum Glück auch nicht so viel Schaden. Kann Keres in einer Runde wieder gegenheilen. Und er ist besiegt. 400 Glees und 20 Erfahrungspunkte. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Schwing! Episches Leuchten. Freigeschaltete 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Generation. Zum Kampf von zwei, äh, zum Preis von zwei. Wow, jetzt sind wir 1996 angekommen, wie es aussieht. Ist das ein Polygon oder ist das mein Protagonist? Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Nimm mich! Oh. Oh, es ist wirklich N64-Grafik. Aber 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Aber sicher tut sie das. Lebensbalken haben wir trotzdem noch nicht. Dafür anscheinend eine größere Hitbox. Das gefällt mir. Finde ich super. Und jetzt haben wir Herzen freigeschaltet. Ihr werdet nicht nur mit einem Schuss niedergestreckt. Wunderbar. Sehr gut. Dann können wir jetzt durch die detailreiche Polygon-Welt mit der N64-Ära-Streifen. Oder Playstation 1 vielleicht. Oh, noch ein Stern. Das geht ja echt fix. Da ist sogar noch was. Eine Karte, oder? Stimmt. Noch ein Stern. Zumba. Was ist denn Zumba? Das klingt wie Goomba. Nur eben... ...als... ...Zombie vielleicht? Man weiß es nicht. Geh mir aus dem Weg, Flederbaus. Weiche. Ich habe jetzt die dritte Dimension auf meiner Seite. Und hier auch. Wesen, die garantiert keine Octoroks sind. Secret? Nein, kein Secret. Es sah so aus, als ob man da durch könnte. So, jetzt geht's hier lang. Aber da ging's doch rechts auch durch gerade, oder? Hier? Nein? Okay. Dann nicht. Hier geht's aber auf jeden Fall durch. Jetzt, wo wir nicht mehr mit einem Treffer besiegt werden, sind hier plötzlich auch viel mehr Gegner auf der Karte. Gepixelte Texturen. So sieht alles der echten Welt schon viel ähnlicher. Okay, das sieht jetzt tatsächlich echt cool aus. Muss ich sagen. Ist nicht nur... Jetzt besteht das alles wenigstens nicht mehr nur aus Polygonen. Da ist so ein bisschen Detail dabei. Und wenn auch nicht im Model, aber in der Textur. Oh, die machen hier auch nur ein Viertelherz Schaden. Aber wir hätten da sogar durchgemust. Jetzt bin ich hier umsonst außen rum. Die machen nur ein Viertelherz Schaden. Das ist super. Das heißt, wir halten jetzt ewig viel aus. Oder auf jeden Fall acht Treffer. Nein. Quatsch. Zwölf. Ich kann Mathe. Quick Muffs. Dimensionsstein passiert. War ja immer schon zu klein. Ihr seid wieder am Spielbeginn. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuch... Ah, jetzt sind wir hier. Oh, wie cool. Aber jetzt sind wir hier in der dritten Dimension. Wie cool. War hier unten nicht noch irgendwo ein Dimensionsstein? Ich meine mich daran zu erinnern. Los, speichern mein Spiel. Spiel. Jetzt müssen wir uns hier auf jeden Fall... Der sieht zerbrechlich aus. Brauchen wir bestimmt Bomben. Ja, hier war einer. Sag ich doch. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr eure Leben auffüllen könnt. Und... Epische Kamerafahrt. Die... Den Kamerasoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Nice. Wo musste ich denn hier lang? Weil es gab ja noch den anderen Weg, wo wir nur durch die... Oktogonalsteuerung durch konnten. Muss ich mich nochmal umschauen. Was machen wir noch kurz, diese Folge? Ach, die Musik ist schön. Ist ja auch nicht in einem Dorf, ne? Immer diese Dörfer mit ihrer nervigen Musik. Geh mal um den Kaktus außenrum. Dankeschön. Sieht aber echt schön aus, wie mit dem Pixel-Style. Hier komm ich hier... Ja. Das meinte ich nämlich. Gibt es hier noch etwas für uns? Nope. Hier blockt uns das Spiel konsequent. Sagt so, nö. You shall not pass. Da kann ich das bitte aufsammeln. Nein, ich kann es nicht aufsammeln. Mist. Gut, dann würde ich aber sagen, hier in der dreidimensionalen Welt schauen wir uns in der nächsten Folge ein bisschen weiter um. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Bin ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Bis dahin und ciao.